so wie sieht denn das ganze von hier drüben aus auch eigentlich genauso wie es mir vorgestellt hat wenn ich ganz ehrlich bin weil stellt euch vor leute wenn man jetzt dahin geht zum beispiel hier darüber guckt dann ist nachher das die ebene und dann geht das da noch ein bisschen hoch und das sieht dann von der seite glaube ich stabil aus doch dass das hat stil das sieht gut aus weil wird es nämlich nachher noch darunter gehen es wird quasi hierdurch gestopft wie so ein loch und doch das funktioniert das funktioniert sehr gut frage mal jetzt weiterhin muss schon wieder kam es dann abbauen mann 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 theoretisch reichen zwei stack wenn ich mich nicht verrechnet habe ich glaube aber dass ich mich verrechnet habe guck mal ich brauche eine seitenfläche von 8 plus 2 plus 8 das sind 18 das heißt es ist 18 mal 18 10 mal 18 sind 180 und 8 mal 18 bin ich da richtig 180 minus 36 schätzen wir ab als 140 plus 180 sind wir bei von wegen ne braucht fünf stacks das kommt auch schon eher hin aber ich kann euch nicht einfach so fünf stacks abbauen hoffentlich habe ich mich verrechnet kann gut sein kopf rechnen lernt man nicht unbedingt da lernt man vielleicht in irgendwelchen zahlenräumen zu rechnen von denen die meisten für euch noch nie gehört haben dürfen anschließlich mir aber kopf rechnen ich weiß nicht in der schule hat man immer so rum gepusht wie wir dürfen keinen taschenrechner verwenden wir werden froh wenn wir überhaupt mal was rechnen könnten im ernst brauchst du nicht weißt du es wird unizahlen da bist du entweder bei zahlen die kannst du gar nicht berechnen oder bist bei zahlen die du im kopf berechnen kannst weil sie nicht über das kleine einmal 1 hinausgehen ach das doch einfach bitter das einfach mies so kommen 47 steine irgendwo muss auch eine abwechslung seien ist ja nicht noch irgendwas am rand oder so mannungen da muss da schon was gewachsen noch nicht so viel aber ich finde es schön dass wirklich tiere gespawnt sind das hat meine these theorie these doch theorie egal hat es bestätigt wir müssen drei steine da lassen holy fuck das dürfen wir nicht vergessen da werde ich jetzt gleich hingehen und hier ordentlich bauen ich habe gerade eine böse theorie wenn die stemme darf ich noch mal alles abbauen nein muss ich gleich nachprüfen acht in jede richtung bedeutet auch dass das ding hier der das kommt eben hier aber gefährlich nahe da müssen wir gleich mal gucken was acht in diese richtung bedeutet das zu vieles können wir das nicht machen kacke eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun hier war die wand ich habe gerade irgendwie so die entscheidung getroffen dass die ganze geschichte noch zwei höher gebaut wird seitdem mit einer meinung leider kacke das hatte ich nicht bedacht hatte aber eine sache nicht bedacht und da haben wir jetzt den kack scheiße müssen wir höher bauen leute können wir so nicht machen brauchen mehr holz immerhin werde ich nach die bande aus holz bauen bleibst du hier holz wo ist mein holz hin kacke bauen wir uns erstmal hier hoch das holz holen wir nachher müssen wir noch zwei höher bauen kann ich so nicht machen ja ja und was heute natürlich noch mehr holz wo liegt das am arsch der welt hoffentlich reicht das gerade so reicht gerade so ich komme jetzt an mein holz ran man es nervt das gerade echt dass ich das höher bauen muss aber es war man hätte es berechnen können man hätte es berechnen können wenn man daran gedacht hätte wer hat nicht gedacht genau ich gib mir das holz da drinnen danke müssen wir nämlich nochmal alles abholzen und werden abholzen ja absteinen und werden natürlich dabei einige steine verlieren bescheuert mensch richtig unnötig richtig richtig unnötig und da ist auch meine axt im arsch eine ersatz axt haben wir natürlich nicht dabei aber ich werde mir jetzt einmal eine sache machen ich werde mir jetzt mal ein portables crafting table mitnehmen das kotzt mich so an dass ich die ganze zeit immer zurück rennen muss und craften habe ich jetzt echt keine lust mehr drauf so gucken wir das wieder mitnehmen mit meiner axt das letzte millionische esse und weiter abholen ja sorry dass ich momentan hier irgendwie diesen display gerade hier so nicht allzu viel bieten kann ich weiß das aber es ist einfach ein skyblock wenn man manchmal sowas baut dann ist es eben auch einfach viel rumgeklotze und weil ich einfach nicht die möglichkeiten habe mehr zu mehr ja höhere materialien sage ich mal einzusetzen aber allgemein was wir jetzt schon gebaut haben das sieht schon cool aus viel mit bäumen und so das ist bäume sind auf skyblock nie verkehrt mal gucken dass ich mich hier nicht selber runter hau das wäre suboptimal bei den ganzen items die wir dabei haben aber wenn ich bekomme so wieder ordentlich stein der bringt mir zwar nichts aber ich bekomme ordentlich stein genau bis hierhin noch und dann sind wir schon wieder durch dann müssen wir nämlich das alles zwei ebenen höher wieder hinbauen nur dafür dass ich dann nach einer episch riesengroße monsterfalle habe na gut von mir aus was sollst du denn und der letzte stein braucht natürlich dementsprechend ewig danke stein einsammeln aber sowas von der meiste stein scheint es jetzt überlebt zu haben gott sei dank Gott wie weit ist denn der gesprungen so schon viel besser acht steine haben wir gesammelt jetzt müssen wir mal gucken den ganzen stack voll gut dann können wir nämlich jetzt nochmal gucken eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun aber das sieht schon sehr viel besser aus es ist zwar immer noch nicht perfekt ich gehe nochmal runter wenn man hier so rüber läuft aber das ist schon besser das ist dann so ein bisschen ja im Schatten quasi also hier wird dann nachher die Ebene stehen das wird dann ein bisschen breiter noch gucken wir das nochmal von hier hinten an oder am besten von unserem cobblestone generator kommt man eigentlich hoch dann kommt man nicht ne müsste ich mal irgendwas hinsetzen zum beispiel so ja danke dass da oben creeper drauf spawnt kacke hey habe natürlich nicht ausgeleuchtet ja aber vom prinzip her passt das eigentlich müsste ich es noch höher bauen eigentlich müsste ich hier nochmal zwei hoch na gut gehen wir nochmal zwei hoch aber dann preist es auch hey mehr baue ich da nicht hoch das können wir vergessen hey dann höre ich auch irgendwann einfach mal auf ja jetzt machen wir mal creepypasta ne ist mir gerade der creeper da reingefallen serious oder ist mir der hier außen irgendwo hingefallen wo ist der creeper das ist der creeper in zombie verwandelt scheint so also nochmal zwei hoch aber dann passt das muss auch hier unbedingt mal ausleuchten kann ich ja jetzt weil das jetzt die finale höher höher baue ich nicht mehr weil das ist jetzt schon so hoch dass ich schon wieder probleme bekommen das passt jetzt hier so eine lampe habe ich genau die werde ich jetzt verwenden zack nur hier wieder abhauen abhauen weghauen damit wir hier ordentlich platz haben 23 fallhöhe brauchen die glaube ich damit sie sterben genau diese 23 werde ich dann auch einhalten das heißt ich werde dann hier nochmal ein bisschen nach unten bauen letztlich alles was wir hier nach oben bauen müssen wir nachher kacke tot müssen wir nachher nicht nach unten bauen bitte 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 natürlich hat es mich vergiftet ist doch klar 27 sekunden des hungers warten nun auf mich sonst werde ich wieder gleich viel nahrung haben wie gerade eben auch ja ist ja gut warum ist da kein skelett reingefallen hätte ich cooler gefunden aber man sieht schon meine monsterfalle funktioniert auch wenn sie noch gar nicht funktionieren soll scheiße ok jetzt nochmal der letzte versuch danach reicht es aber 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 genau und dann noch einen weiter für die wand genau die kommt dann hier hin die wird dann nachher aus holz gebaut werden das heißt man kann sich das ganze so vorstellen dass sie jetzt immer so eine 8x8 strecke quasi existiert hier kommt dann nachher wasser drauf da werden die zombies dann hier reingeschwemmt und ja genau so werde ich das jetzt auch bauen und das braucht Cobblestone ohne ende alter ich hatte ja mal gerechnet das ist wirklich viel WTF das ist denn da hinten gewachsen das ist schon so schön das will ich eigentlich schon fast wieder nicht abholzen das ist das ist das sieht aus wie ein großes baumhaus ich holze es aber trotzdem ab wieder holz ohne ende ich will aber den boden zumindest aus cobblestone bauen wenigstens ein bisschen kontrast muss da sein weil es dann auch glaube ich hier außen ziemlich gut aussieht man stelle sich das jetzt so vor hier kommt wasser rein das fließt ja 8x8 das ist das sagt jetzt sich auch die maße aus hier geht es dann so hoch so und hier oben kommt dann nochmal eine ebene mit Cobblestone aber nur an der wand und der rest wird dann aus holz ah ne ich muss ja noch ich muss ja noch eins höher das heißt ich darf das wieder weghauen dankeschön ach man 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 das kommt davon wenn man erst live im let's play plant dann passieren genau solche dinge ist aber auch ganz normal also was soll's so dann müssen wir nämlich hier noch eine ebene drauf und jetzt kommt erst der stein und zwar wird auch so dass ich mich nicht versetze so weil jetzt kann ich nämlich dann hier ein holzdach hinsetzen das wird dann auch wirklich aus holz gemacht nur der fußboden ist nachher aus anderem material und hier also außerhalb von dem hier wahrscheinlich mit holz weil hier drin kommt eh keiner mehr rein und holz habe ich eh genug kommt dann hier wasser rein und das schwimmt dann den zombie hier rüber und genau dieses ding wird jetzt darüber 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 und darüber und dann noch der ganze kasten fertig gebaut und und ja das wird richtig viel zeit kosten jetzt benutzen wir einfach mal den kabblestone dafür wir machen mal hier so eine schätzung 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 holz das heißt ich darf jetzt erstmal diese diagonale hier also diese diese ecke quasi fertig bauen wow das ist richtig richtig viel das heißt ich kann jetzt hier raus mich bauen hier raus mich bauen ist wieder gutes deutsch das könnt ihr übernehmen so und dann gucken wie weit ich raus muss oh nie alter das wird ja riesig eine große monsterfalle ist ja schön und gut aber irgendwann reicht es dann doch auch mal das ist gerade nur die randfläche das muss alles hier voll und das da drüben muss dann oh gott wird das viel wird das viel leute spinne ich glaube ich spinne oh je der war nicht gut ne der war überhaupt nicht gut ne aber jetzt kann ich mir das wenigstens mal bei sonnenschein von da drüben angucken wie das ganze aussehen wird ah ja doch das sieht genauso aus wie ich mir das vorgestellt habe wenn man dann hier irgendwie auf seiner hütte sitzt oder so und da drüber guckt hat man da den fetten kasten vor sich stehen aber der erfüllt auch seinen zweck also ist er ganz okay ja ja wie mache ich jetzt weiter erstmal da hinten abholzen aber es ist echt es ist das wird charleston brauchen ohne ende also ich glaube 5 stacks ich weiß gar nicht mehr auf was ich jetzt gekommen bin als finale ich glaube 5 stacks waren oh gott oh gott oh lag 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 bäm Hälfte ist runter gefallen weil es so viel war die hälfte ist echt runter gefallen jo und wieder fast ein ganzes deck holz geerntet und von den setzlingen würde ich gar nicht erst anfangen warum kann man keine setzlinge essen warum sind wir nicht pflanzen warum können wir uns nicht von pflanzen ernähren ok ein neuer kürbis den nehme ich natürlich sehr gerne mit und ein paar melonen die brauchen wir jetzt nämlich auch Ich würde gerne meine Hühner füttern, aber ich habe ja selber nicht genug 17 Weizenstücke, lecker Doch, das sieht genauso aus, wie ich es haben will Auch wenn es momentan so ein bisschen eine Bauer-Dau-Stelle ist Bauer-Dau-Stelle Was? Eine Bauer-Dau-Stelle Das ist eine Bauer-Dau-Stelle Nein, eine Dauer-Baustelle natürlich Holy shit Was habe ich heute für Sprachfehler? Das wird noch richtig lange brauchen, bis wir da fertig sind Alter, hör auf damit Geh aus meinem Kopf raus Du Irrwisch Was machen wir als nächstes? Cobblestone, genau Nein, ich will nicht noch mal Cobblestone abbauen Das ist ja furchterlich Furchtbar oder fürchterlich, aber nicht furchterlich Können wir uns wenigstens davor noch ein paar Kakteen-Crabben Aua Hmm Au Und weiter geht's Ein weiterer Stack Zu Ehren der Cobblestone-Abbauerei Ich glaube, ich werde jetzt aber auch hier an dieser Stelle Also gleich jetzt Eigentlich, ja, jetzt demnächst Eigentlich, also jetzt genau Ich höre jetzt hier auf und mache einen Cut Weil dann werde ich jetzt warten mit dem nächsten aufnehmen Bis ich ein paar weitere Parts hochgeladen habe Und habe dann hoffentlich von euch ein paar, ja, Themen Was ich ansprechen kann Weil ich werde extrem viel Cobblestone abbauen müssen Und natürlich auch wollen Aber trotzdem machen, tun, ja Und das Resultat davon ist dann Dass es wahrscheinlich ziemlich eintönig werden kann Und um denen dagegen zu gehen Werde ich dann eben ein paar Sachen ansprechen Die ihr mir vorschlagen könnt Also hier nochmal die Aufforderung Das heißt, das ist ein bisschen schwachsinnig Das jetzt hier zu sagen Weil wenn dieser Part veröffentlicht wird Egal, trotzdem Hinterlasst mir gerne Sachen in den Kommentaren Weil ich kann hier echt nur Kabblestone bauen Die nächsten Male Und weil das viel zu langweilig ist Werden wir dann vielleicht über das ein oder andere interessante Thema sprechen Im Idealfall Wenn ich was zurückbekomme Wenn nicht, dann Ne, schreibt mir einfach irgendwas Sonst bin ich echt ein bisschen aufgeschmissen hier Weil das ist echt viel hier Also, hm, das ist schon, das ist schon abgebaut Und ich will jetzt nicht was in Zeitraffer, Zeitraffer laufen lassen Ich finde das irgendwie falsch Das ist, das ist Minecraft Und Minecraft kann eben manchmal langwierig sein Das ist halt so Das ist das Wesen von diesem Spiel Was wir jetzt noch machen können Ich überziehe schon wieder meine Partlänge Was ich eigentlich nicht ungern mache Aber das ist jetzt eben so Dass diese Wand hier mal noch fertig bauen Guck mal Wie das nachher aussehen wird Dann können wir uns wenigstens mal ein grobes Bild machen Wahrscheinlich ist das ein riesiger, großer, fetter, unschöner Glotz Bis wir hier fertig sind Ich sehe es schon kommen Ein Viertel haben wir Na, nicht mal Schön wäre es, wenn wir ein Viertel hätten Kacke, Alter Warum musste ich unbedingt so eine große Monsterfarm bauen Aber ich meine, mein Skyblock ist auch überdimensional groß Ich bin hier auch wirklich viele Sachen am bauen Dann darf ich auch eine riesige Monsterfalle haben, oder? Ah ja, die sieht doch ganz cool aus, oder? Wenn man dann hier nachher, was weiß ich, zum Beispiel auf dem Generator hier sitzt So Ah ja, die sieht cool aus Da kann man nichts sagen Da brauchen wir vielleicht nachher noch irgendeine Verzierung dahin Oder ein Logo oder so Wir haben ja Schafe und Wolle und alles Das können wir alles machen Doch, doch, das passt glaube ich alles Aber jetzt höre ich echt auf, du Sonst wären meine Parts noch über Überlänge Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen Vergesst nicht mir irgendwas in die Kommentare zu hauen Was ich während der Cobblestone-Abbauerei sagen kann Und dann geht es als nächstes Mal mit der Monsterfalle weiter Bis dahin, tschüß Bis dahin, tschüß